hallo und herzlich willkommen hier auf der ns marsch heute stark dezimiert mit dem lukas dem roten mike in torero der astra und den paul und dem money grüße ich habe ich das noch gar nicht zusammengeschwadet habe also ich versuche so ein bisschen den feldrand mal schon mal sauber zu kriegen ich bin am gras verwenden damit wir haben ja ob du musst aber noch was anderes erwähnen lenni wieso ist doch gar keinem aufgefallen oder ich würde das jetzt nicht erwähnen mal gucken ob wir ihm auffällt die kommentare voll ich muss die kommentare nicht beantworten apropos kommentare in den kommentaren wurde gewünscht dass wir unser safe game hochladen darf ich nicht raus aus der nummer das wird glaube ich nicht so viel bringen da wir sehr viele mods verwenden die bearbeitet sind und nicht veröffentlicht sind also haben die leute diese sache nicht also das ist ja nicht schlimm aber wenn man jetzt die produktion so stehen haben will wie wir sind und sich was ja natürlich das macht es macht es schon sinn soll ich jetzt hier einfach alles noch mal schwaben auch diese krüge mach es doch einfach einfach die anderen dass sie hinter dir fahren sollen dann fahren die auch vor den wieder in so misst rum ich fahre dann alles noch mal auch wenn es echt merkwürdig aus dass sie hier gemacht habt ja es hat nichts gemacht die wir entschuldig es ist teilweise aber auch noch nicht alles geschwadert also jetzt war ich erst mal und hier ist gar nichts naja wir werden sehen kann ich erst mal das ding hier vernünftige einstellen ich denke das passt so wie aber ich hier ganz links am rott ist gerne was legen muss noch ein bisschen links herüber und muss gar nicht doch ein bisschen nach links rüber aber nicht in den abgrund oder meinst du das jetzt hier ladewagen schalten wir sind voll und ob sie einste bringt manchmal was mache ich das hier echt für so ein paar krümel für ein paar krümel heu naja sprit kostet ja nix ist ja unser haben wir selber erstellt wo ist der wicher eigentlich heute hat er sich krank gemeldet ich weiß von gar nix ich habe keinen gelben gesehen und entschuldigt das fehlen er ist ja gestern schon nicht ganz so gut von daher da sind noch krank ist sie haben wirklich weil er beschweißt mich bei kacke wer es ist keine kacke da hat kompost ich finde ich bin da muss man aber schon differenzieren zwischen kompost und kacke warum fahrt ihr okay hier wenn der paul die schwad eingesammelt hat ist die schwad weg weißt du schon ich sage mal dass ein was paul hier liegen lassen hat also das war gar nicht so viel was ich zusammengeschwadet habe mit dem rand er fahr einfach ich sammle den band hinter dir ein mal perfekt warte 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 es wartet nicht kannst du vergessen ich warte nicht ihr frisst ich nehme das einfach mit was du hier verteilt also lustig ich fahr raps kaputt und dann auf einmal ist es liegt hier auf der äußerst Bahn überhaupt noch irgendwas oder fahr ich jetzt hier völlig im sonst was sie wirklich ist der äußerst Bahn noch was liegt ich bin auch noch ein bisschen am synchronisieren also ich habe hier überall noch raps auf dem feld ja ich auch wahrscheinlich deswegen aber und ist auch nicht alles gedüngt gekallt also wirklich nicht oder nur nicht synchronisiert nicht synchronisiert also ja das ist egal auch guck mal da kommt wieder was paul jetzt habe ich wieder was ich freue mir komm hinterher und nehme das mit was paul liegen lässt so die brotung will ich runterfallen lassen dann wird er wieder nach hause findet wo bist du überhaupt die selig gar nicht ja ich bin auch hier unten am rand jetzt hat es endlich mal jetzt hat es endlich mal durch synchronisiert und ich sehe dass da noch heut liegt und fährt im graben rum ich bin nichts anderes von ihm gewohnt ich wollte den warrior waschen entschuldigung mit dem dreckigen wasser da im graben ja schlammkur ich habe gehört das soll wunder bewirken ne ja aber der rostet vielleicht nicht so schnell vielleicht hübscher aber ich habe schon 2000 liter wie voll bist du denn paul 80 prozent so geht meine rückkehr verteilt und wieder nicht bei dieser ersten beiden waren sind relativ witzlos die ersten beiden das war noch vorgewendet ja ich glaube das ist der rand den der micha das letzte mal schon angefangen hat zu sammeln vielleicht wieder da nur fleckig also habt ihr die mit dem ladewagen einfach abgesammelt obwohl nicht geschwadelt oder so viel zeit muss der erstmal haben ach das liegt eh schon so dicht weil das ackergras war was mit dem drescher gedroschen wurde ne ja es wurde eine schwad gewendet und die war dann halt doppelt ja ok so breit junge 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 naja gleich gleich kommen wir in die etwas breitere schwad da drüben rein dann sieht das ein bisschen besser aus ansonsten dass die nur zeit trotsch in der ersten folge seht ihr jetzt wie der lenny einfach nur übers feld fährt und schwadet wo nichts ist super aber dann bist du bestimmt ganz toll ja krieg ich ein pokal krieg ich ein pokal für gehe ich stark von außen oh wiii wolltest du nicht einen schwader kaufen jetzt hätten wir das geld na toll jetzt wo wir einen gemietet haben ja na lässt du was liegen paul das was nicht geschwadet lukas was soll das nicht gewendet aber der ist gerade weg gewendet meine ich ja nicht wie ist der denn weg hat er gesagt ne ja hier paul nur für dich das mann schwarz wenn ich vielleicht voll ja dann darf ich endlich aber ich glaube das geht nicht aus hier mit dem was du sagtest dass wir beide schwaden auf einmal kriegen weil die sind ja breit gefahren durch das zittern also ich könnte eine und ein bisschen was mitnehmen anderthalb könnte ich vielleicht schaffen habt ihr auch standbild ich habe gerade standbild nö du fährst auch noch super liebe zuschauer sie haben den server verlassen verbindung verloren hervorragend also wir schwaden einfach mal weiter kleiner diskonnect der gott und die synchronisierung ist nicht perfekt wie man sieht naja es gibt schlimmeres willkommen zurück ja soll ich euch noch mal anmoderieren brauchst du nicht ist ja eine folge ist er nicht so der paul ist schon wieder leer naja als ob ich kurz nicht da gewesen wäre ja komisch aber der weg zur pelletfabrik ist auch tatsächlich nicht so weit ich hatte sekundenschlaf ja das war der brotkrum für dich paul ja ok wie schnell fährst du eigentlich nennen ähm 17,6 was machst du denn da für geräusche er ist zu meinem rotkrumm hier auf die zivilität für mich liegen gelassen hat achso boogiemonster weißt du die paar kleckste heu die da noch lagen ja mhm ein cent nicht er ist ein euro nicht wert hör mal sowas von armen bruder aber paul du könntest dich in der zeit ja auch nicht mal netzlich machen oder wieso 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 verbraucht nur ein bisschen sprit und macht keinen blödsinn ich finde das sehr nützlich könntest auch theoretisch zur getreide ag springen und den traktor heimholen das wäre auch nützlich aber toledo ist gleichfall da muss ich weiter abfahren toledo ja das könnte sein der ist wirklich gleich voll ne jo und keine ausrede verlegen der paul ne wieso die 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 paul beerst uns heute noch mal mit so einem witz oder klemmen wir uns das wenn wir uns wenn das aber wirklich toll wenn du mal wieder ein witz erzählen würdest du hast noch ungefähr zehn sekunden dann solltest du den john deere übernehmen der findet dann vielleicht die schwart oder auch nicht wieso ja ich kann ich gar nicht ganz in die man ich kann nicht ganz in die fahrer es ist wer ist da jetzt am händler stehen geblieben das war aber abrupt wie du stehen geblieben ist ne war gewollt okay es sah aus als wärst du irgendwo vorgefahren natürlich sammle ich keine sparte fehler pick up oben ist ich bin noch ein held alter größte weg zu müssen also ich glaube der paul muss kein witz erzählen wenn der paul anwesend ist es witz genug doch nicht alle auf dem pinguinkönig rum können auch auf lukas rumhacken der komischerweise mit dem schlepper hier auf dem feld steht und nichts tut er steht hier neben mir und fährt so waren irgendwo auf dem weg von gerade geht zu unserem hofstädten fendt bei fänden steigt der luka sowieso ein muss die musik auf dem weg zu getreide ag zu unserem hofstädten fendt der ist leer ja dann muss zum hof wieder zurück kannst du auch pflanzenschutz verkaufen weil der preis noch gut ist der ist leer grandios er ist leer da kannst du einsteigen welches feld sollte denn jetzt noch angesäht werden ich hätte jetzt eine feierseemaschine ich habe keine ahnung wo war's denn auf der 19 19 braucht gerster ja die neuntern ist fertig achso äh vorhin habe ich gesehen da unten ich glaube die 17 und 18 oder so die ist gekalkt aber ich glaube da ist noch nichts drauf kann das sein doch da bist du meist drauf sein dann war das nicht synchronisiert aber irgendwas war gekalkt noch kann das immer noch nicht sehen ja ich habe muss ja dank dem kleinen disconnect noch mal rein deswegen sehe ich jetzt auch nicht mehr aber fünf scheint noch abgeerntet zu sein wo ist denn die fünf da oben naja das kann sein ja da muss noch was gesehen wenn dann letztes mal äh kompost nee kalt drauf geschmissen kann ja ob wir 19 und äh platzenschutz drauf bringen was machst du denn da mit dem xerion wolltest du nicht die brücke nehmen sondern einfach mal daneben drüber fahren oder das ist vor lauter lauter ich guck mal kurz ob die fünf angesäht werden muss gab es denn pläne für die fünf was er drauf sollte irgendwas was man auch ernsten kann das wäre nicht schlecht dass man wolle was die hier schreien astra und ihre zuckerrüben er macht halt irgendwas cooles wenig also mit strom macht keinen sinn weil der weg ist irgendwas cooles zuckerrohr oder pappeln ja danke wobei pappeln haben wir jetzt cooles equipment für aber für zuckerrohr gibt es kein cooles auf der 15 sind man nicht keine pappeln mehr drauf nicht mehr haben wir die haben wir ja auch umgefügt richtig pappeln haben wir nicht mehr brauchen wir denn welche oder haben wir noch genug aktuell glaube ich nicht wie war das mit mais häckseln für die bga dafür müsste rein theoretisch die 15 was ist denn auf der drei jetzt drauf die 15 die 16 26 27 17 und 18 sind die fünf ist soweit weg macht einfach soja drauf ja genau geld und das ist nicht so viel fahrerei und man muss kein anderes zeug weg holen halten wir nicht auch zusätzlich die drei mal abernten da kann man die auch wieder ist die denn reif ja meine schon ja ja dann mache ich den ab ja dann schnapp den drescher ich bring dir ein abfahrgesperrn alles klar was ist auf der 1 drauf kann das noch nicht sehen tabak und auf der 19 ist jetzt gerste und 18 17 das ist ja jetzt einfällt mit der 26 auch mais ja ja und die fünf machst du jetzt mehrfelder drei ist raps hat man geklärt mehrfelder haben wir gar nicht mehr ist auch erntereif der raps also wer will kann dreschen ich glaube ich glaube lukas und mike sind unterwegs ja auf drei und bestimmt könnte noch ein zweiter drescher hin aber ich glaube da fehlt uns im moment das personal für wir wissen heute wir sind heute sparsam besetzt aber weil wir so sparsam besetzt sind machen wir jetzt auch ein bisschen früher feierabend stimmt zwar nicht aber wir machen jetzt feiern also abonnieren zwar nicht unseren kanal aber den hier die katze die katze nicht vergessen in der fäden die pinguine und drei pinguine also macht's gut einen schönen tag und wir sehen uns bis denn dann